Jo Leute, was geht ab? Heute gibt es drei Tipps, um eure Liegestütze zu verbessern. Viel Spaß dabei! Tipp Nummer 1. Es gibt zwei verschiedene Arten. Eigentlich gibt es noch viel, viel mehr Arten, aber wir beschäftigen uns jetzt mal mit nur zwei verschiedenen Variationen. Und zwar einmal die breiten Liegestütze und einmal die engen Liegestütze. Wenn ihr nochmal ein ganzes Workout haben wollt zum Thema Liegestütze, klickt mal hier oben das Video, da habe ich ein ganzes Workout für euch gemacht. Aber zurück zum Thema. Ihr habt einmal die engen Liegestütze. Die meisten Leute finden diese Übung viel, viel schwerer als die breiten. Das liegt daran, dass ihr weniger Hipsmuskulatur habt. Ihr startet hier und achtet immer darauf, dass die Ellbogen eng am Körper vorbeigehen und wieder hoch. Ich zeige es euch nochmal von der Seite. Geht tief. Tag, tag, tag. Hat jeder schon mal von euch gesehen. Welche Muskeln targetieren wir dort? Gut. Klar, ein bisschen die Brust, ein bisschen die Schulter, aber hauptsächlich den Trizeps. Andersherum ist es, wenn ihr die Liegestütze breit macht. Wenn ihr jetzt nicht hier seid, sondern so ein bisschen weiter nach außen, die Ellbogen führt ihr weiter weg vom Körper. Aber habt ihr weniger den Trizeps drin, desto breiter ihr die Arme macht, desto weiter weg die Schultern gehen, desto mehr habt ihr die vordere Schulter drin. Aber bei dieser Variante habt ihr besonders erstmal die Brust drin. Das heißt, wenn ihr zu Hause die Brust effektiv trainieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, die breiten Liegestütze zu machen. Dabei immer drauf achten, wenn ihr die Push-Ups von der Seite betrachtet, sind die Hände immer hier. Wenn ihr es jetzt vergleicht mit jemandem im Gym, der Bankdrücken macht, der würde auch nicht, also das gibt es natürlich teilweise schon, aber es sollte nicht so sein, würde auch nicht die Stange, wenn ihr euch eine Stange vorstellt, die Stange hier hinnehmen. Dann seht ihr nämlich, hier habt ihr dann die Liegestütze so. Sieht man ganz oft, dass Leute es so machen. Noch schlimmer Handstellung und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, achtet darauf, dass ihr ungefähr auf Brusthöhe die Hände absetzt, genauso als wenn ihr Bankdrücken machen würdet. Und dann habt ihr eine gute Position für die Push-Ups. Tipp Nummer 2. Die Schulterstellung, auch wie beim Bankdrücken, stellt euch vor, vergleicht es mit einer Übung wie Bankdrücken im Gym, die Schultern dürfen nicht nach vorne kommen. Ganz oft passiert es, dass die Schultern hier nach oben wandern, wenn ihr die Liegestütze macht. Wir zeigen euch das jetzt mal aus einer Perspektive von oben, dann könnt ihr es deutlicher sehen. Dann, einmal ganz normal von hier, würden so die Schultern zu den Ohren wandern. Es fühlt sich auch komisch an, ihr merkt, der Nacken wird verspannt und das würdet ihr auch niemals im Gym machen. Man achtet immer darauf, dass die Schultern tief gezogen sind und nicht zu den Ohren ziehen. Das heißt, immer weg von den Ohren. Das heißt, ihr startet den Push-Up hier, zieht sofort die Schultern nach hinten unten und startet dann erst. Es geht dabei nicht nur darum, dass ihr eure Nacken schont, sondern auch, dass ihr die Brust isoliert. Wenn ihr die Schultern wieder zusammen nach unten zieht, isoliert ihr die Brust und trefft die Brust viel besser beim Training. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 3, ist eine Übung, wie ihr sicher gehen könnt, dass ihr bei den Liegestützen weniger schummelt und halt wirklich aus den Armen drückt. Ich mache das ganz gern bei den Kursen und sage, wir legen uns jetzt alle mal hin. Zack. Von hier stellt ihr die Hände auf, links und rechts. Stellt die Zehen fest in den Boden, Blick Richtung Boden, Halswirbelsäule gerade. Dann hebt ihr die Oberschenkel ab. Die Oberschenkel dürfen nun nicht mehr den Boden berühren. Seid hier weg vom Boden und erst jetzt drückt ihr hoch. Dadurch zwingt ihr euch, wirklich die Liegestütze richtig zu machen. Jeder kennt das, so, das sei jetzt übertrieben dargestellt, aber es passiert, dass die Leute so den Push-Up machen. Wenn ihr aber die Oberschenkel von vornherein wegnehmen vom Boden, habt ihr automatisch Spannung und drückt gerade nach oben hoch. Wenn ihr diese Dinge alle schon richtig gemacht habt, aber noch andere Fragen habt zum Thema Liegestütze, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Teil der Community seid, es ist völlig kostenlos. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.